Die Karoline Gahammer-Vogs. Ja, ja, er bedankt sich gerade, dass er nicht gegen die Karte antreten hat. Ich hätte ja lieber die paar weißen Duelle gehabt, aber die Kampfrichter gönnen mir auch gar nichts. Komm, Luki! Komm, Karoline, auf geht's! Komm, Luki, hoch! Ah, der Luki macht das gut. Uiuiuiui, der Luki macht das gut. Komm, Karoline! Der riesige Reifling. Ah, super Technik beim Luki. Aber die Karoline lässt nicht nach. Auf, runter! Oh, Luki! Auf geht's, Luki, brauchst du noch zwei. Komm, Karoline, wach, 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 wach! Und wieder drunter! Komm, Luki, komm! Und der Luki hat seine Achtung zum Ziel. Vorsichtig untergreifen, wenn er zurückfällt. Und da ist die Zeit abgelaufen. that's für die Karoline! Ja, eigentlich klar!